Okay, was haben wir hier? Das Lava. Haben wir wieder ein Wimmelbild? Ich überprüfe jetzt nochmal die ganze Gegend, ob wir wieder ein Wimmelbild haben. Nein, haben wir nicht. Gut, hier war ja alles von A-Eimer. Wir können hier allerdings noch drauf gehen. Aber es ist halt wirklich nur die Notiz. Okay. Mir gibt es nix mehr. Hier haben wir den Felsen. Mit der Bratwahrne geht nicht. Ah, okay. So ist das. Man muss einzeln drauf schlagen am Stutt. Habe ich das wirklich gesehen? Äh, ähm, ähm, ich wünschte, ich hätte es nicht gesehen. Kein Gefangener würde es wagen, durch dieses Gitterstäbe zu fliehen. Einfach mitnehmen, einfach mitnehmen. Eine Nut, was haben wir hier, ein Gericht für Essen kochen? Die Lava ist brennend heiß. Die Folterer haben damit wohl ihre Waffen getestet. Ja, zack. Nein, okay. Ich weiß nicht, was das ist, aber wir, ach, gucke an. Ja, haben es schon rausgekriegt. Pannen mit Harz. Der jute alte Harz. Kann ich das? Ja. Okay, ne, also, gut. Ich spiele es zum ersten Mal, ne, also nicht wundern. Also, ich wundere mich gerade selber, dass wir so gut vorankommen. Kriegen den Pyramanhead-Kopf. Pyramanhead-Kopf? Ja, okay, gut. Können wir hinkommen. Hallo, hallo? Ah, 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 hier, guck mal. Der Schlamm ist zu dick. Muss ich das rauskratzen? Da muss ich da draufkratzen. Ne. Der Schlamm ist zu dick. Kann ich damit vielleicht die... Ja, gut. Und jetzt, bam, bam. Und fertig. Wunderbar. Sehr schön. Okay, was ist das? Ein Codex? Ein... Oh, Gott. Moment, da war doch was. Nein, das war nix. Okay. Was für ein seltsames Schloss. Aber sollte da nicht drei Ringe sein? Drei Ringe, ja. Um alle zu knechten, ne. Da kann man nix mehr machen. Hier müssen wir irgendwie was... Der Kopf der Eisenfigur fehlt. Ja. Ach so, der Kopf ist zu dreckig. So. Are you the new dungeon keeper? No? Well, I guess I'll get back to punishing meself then. Ich kann nicht erinnern, warum Davy Jones mich in hier verbringte, aber er muss einen guten Grund gehabt haben. Ich sage dir was, hinter diesen Lava-Baren ist ein sicheres, in es gibt eine Liste von meinen Schäden und eine Schlüssel aus dem Dungeon. Refresch meine Erinnerung und leid mir meine Schäden. Ich, du kannst die Schlüssel behalten. Ich brauche sie nicht. Refresch meine Erinnerung und leid mir meine Schäden, ich... Ja, okay, das werden wir machen. Okay, das ist... Ach, das ist jetzt so eine Variante, ist das. Okay, das ist natürlich jetzt nicht so einfach. So, der hier gute Davy Jones ist ja, glaube ich, hier oben irgendwo. Das kann man drehen, 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 so. Ähm, das drehen wir. Okay, die passen schon mal zusammen, da können wir uns schon mal freuen. Aber auch nicht wirklich freuen, denn wir müssen ja alles wieder nochmal neu umdrehen, zack. Zack, so. Ähm, okay. Wir brauchen das hier. Ne, das brauchen wir nicht, gut. Die Beine. Die Beine. Auch nicht. Okay, gut. Zack, zack. Weg damit. Das passt. Sieht zwar etwas schräg aus, aber es passt. Okay. Ähm. So. Das hier vielleicht. Huch. Nein, ich wollte... Ah, okay, gut. Gut, passt. So, das ist der Mantel von Davy Jones. Okay, gut. Das ist natürlich auch wieder super gemacht. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, wie wir das hier ziehen. Okay, wir haben jetzt hier, haben wir was fertig. Wir brauchen allerdings noch das hier. So. Okay, dann brauchen wir... So, jetzt haben wir zumindest erst mal irgendwas zusammengebastelt und ich weiß nicht was. So. So, Davy Jones ist schon mal fertig. Okay, jetzt müssen wir nur noch... Hm. Gut. Also, wir haben... Wo ist der Fehler? Der Fehler ist hier. Das passt so weit. Das passt nicht. Okay, das muss nach oben. So. Ich drehe die immer dann hoffentlich so, dass es eigentlich teilweise wieder eins zu eins passt. Um mir einen besseren Überblick zu verschaffen, ne? Ähm, ja. Nein. 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 Ach, Quatsch. Quatsch. So. So. Hä? Jawoll. Sehr gut. Wir haben es hinbekommen. Kriegen wir jetzt die Liste. Okay, wir kriegen eine Liste. Hier ist eine Liste von meinen Sünden. Oh nein. Oh, es ist so alt. Es ist einfach aus. Oh mein Gott. Wie furchtbar. Oh nein. Jetzt, 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 ich will nie, was ich getan habe. Aber es muss sich ernst sein, richtig? Davey würde mich nicht für nichts beurteilen, würde er? Was, wähle deine Antwort? Was? Wir dürfen eine Antwort wählen? Okay, äh, du hast wohl genug gelitten. Außerdem ist Davey bereits gegangen. Was immer du getan hast, liegt in der Vergangenheit. Wenn das die Strafe ist, die du dir aufgelegt, auferlegt hast, dann solltest du sie ertragen. Bis du das Gefühl hast, es reicht. Entscheide selbst. Dein Schicksal liegt in deinen Händen. Ja, ich, ich, ich überlasse ihm die, äh, Entscheidung, weil ich muss mich da nicht selber mit reinhängen, warum auch. Zum Schluss bringt mir das ja eh nicht viel. Okay, wir haben drei Ringe. Ah, wir dürfen wieder, oh, schlug. Nee. Ach, du Heilige, was, was, was? So, das ist das. Okay, das würde jetzt zumindest schon mal passen. Die drei sind da. Easy going. Oh no, going. Are you okay? Corrie. Corrie, sie ist bewusstlos. Ich muss sie wecken. Corrie, aufstehen. Corrie, aufstehen. Schade. Was ist das? Ein Würfel. Eine blaue Fliese. Okay. Was haben wir hier? Die Crystal. Durch diese Flammen komme ich nicht an den Kristall heran. Alles rund um die Voodoo-Puppe ist brennend heiß. Die ist okay. Ah ja, gut, man sieht's hier auch glühtförmlich. Hexen hätte. Wo ist? Guck keiner da. Hallo Hexe, du alte Zippe. Wo bist du? Noch eine Rune. Okay. Hä? Wieso kann ich die eine einführen und die andere nicht? Einige Steine fehlen. Schicksal. So, hier ist nix, da ist nix. Das ist die, oh, die Eule. Oh, die süße Eule. Was haben wir hier? Eine Voodoo-Puppe fehlt. Na klar. Kommen wir da jetzt irgendwie ran. Mit diesem super Hebel. Oder mit vielleicht damit. Spieß sie auf, spieß sie. Oh, das hat ja wirklich funktioniert. Okay, das ist schön. So, ciao. Cory, du schläfst noch nur runter. Das ist fein. So. Okay, setze die Puppen richtig an. So, zack. Nein. Wunderbar. Und ein Wimme-Bild. Jawohl, ja. So, okay. Was haben wir denn da feines? Eine Kaffeebohne. Haarsträhne. Fosfortrank. Hm. Hier. Gespalten Stein. Gesplitter Stein, so ungefähr gespaltener Stein, ne? Brauchen wir jetzt allerdings nicht. Wir haben erstmal das, wir haben erstmal das. Wir kümmern uns um die Sachen, kümmern wir uns nachher. Also erstmal hier die Sachen, die teilweise sichtbar sind. Knopf, ein Ei. Frische Zitrone, Zitronenschale, okay. Okay, ein Ei, Walnuss, Kräuter, Kaffeebohne. Kräuter. Ne, Kaffeebohne. Okay, Kräuter. Ähm, Walnuss. Ja, die haben wir hier. Und Phosphortrank. Gut. Oh, Räucherwerk. Räucherwerk? Was? Räucherstäbchen. Ah, okay. Räucherstäbchen, natürlich. Ähm, ja. Gut. Ein Ei. Ach, siehste, wir brauchen noch ein Ei. Ei, ei, ei. Das war aber ein großes Ei gewesen. Räucherstäbchen. Ja, aber wie kann ich denn? Zwischen ihnen sollte ein mittlergroßer Stein sein. Der letzte Stein ist wahrscheinlich der kleinste. Ach so. Na gut, sag das doch gleich. Gestapelte Steine, ja. Gut. Ah, leckerer Zitronenschale. Okay, Räucherwerk. Räucherwerk. Da können wir noch nichts machen. Wir können noch nichts in Brand setzen. Aber wenn ich es gerne machen würde. Jetzt sofort hier. Ja. Der Typ hat leider auch nichts. Nur, der hat ja nichts in seinem Mund. Maul. Gespaltene, gestapelte Steine, Räucherstäbchen. Ja, kann ich das Stäbchen nicht einfach nehmen und da in die Flamme halten? Da gibt es ja irgendwo Streichhölzer. Der kleinste Stein. Da. So. Fertig. Räucherstäben. Ja, aber wir haben es trotzdem alleine rausgekriegt. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Es geht voran. Riechsalz. Doch, da. Hier, riech mal. Oh, mein Kopf. Was ist? Oh. Oh! Das verrassende... Witch! Wie kann sie nutzen, dass das Schöne-Girrl so ist? Too bad, dass ich nicht gesehen habe, wo sie ging. Wir müssen die Frau-Girrl. Wait, die Witch-Girrl-Wirrl-Wirrl-Wirrl-Wirrl? Ja? Das Schöne-Wirrl! Wie kann sie nutzen, dass das Schöne-Girrl so ist? Ja, sie kann nun leider nirgendwo mehr hin. Denn das Ding ist, ja... Hier kommen wir nicht hin. Können wir hier nochmal kurz irgendwo... Oh, schau, Bomb! Was ist dieses Buch? Es sieht, wie es schon seitdem gelesen wurde. Ich schaue es. Vielleicht find ich etwas, das uns helfen kann. Ja. Achso, ja, gut. Okay, da können wir nicht viel machen. Hier kriegen wir wieder dieses Zeichen. Hier kriegen wir einen Hebel. Mit einem Schlauch könnte ich das Feuer löschen. Äh, mit einem Schlauch. Haben wir hier irgendwo ein Wimmelbild? Nein. Vielleicht hier ein Wimmelbild? Nein. Vielleicht hier? Nein. Nein. Ich gehe nochmal mit Absicht zurück. Wegen den Wimmelbildern. Spielen. Ja. So, hier haben wir auch nix mehr. Ja, nix. Ja, nix mehr. Schlauch. Vermutlich sollte ich das löschen. Ja, du solltest es löschen. Aber du hast doch keinen Schlauch, meine Gute. Willst du etwas löschen, wo du keinen Schlauch hast? Ach, wir haben hier jetzt hier die drei Dinge. Ah, okay, cool. Ne, warte mal. Okay, die leuchten. Zack und Zack. Yay. Und per Zufall bekommen wir ein Medaillon. Äh, Amulett. Die Hexe hat es wohl nicht fertiggestellt. Und wir bekommen einen Schlangenschlauch. Schlauch. Der Schlauch sieht aus wie eine Schlange. Great. Jetzt kann ich den Feuer ausziehen. Yay. Nein. Was? Wieso? Ja, hinter. Hallo? Ja, hallo. Nein. Ach, hier ist der Schlauch. Schlauch. Es ist genau wie eine Schlange. Der Feuer ist gelöscht. Wir können uns jetzt an das Schiff machen. Der Metall rund um den Kristall ist geschmolzen. Okay. Nächstes Amulett-Teil. Hier gibt es nichts mehr. Hier kommen wir lang. Ja gut, hier brennt auch alles vor sich hin. Der Schädel steckt unter dem Rahmen fest. Das sieht wie der Brückenmechanismus beim Anwaltsbüro aus. Wenn ich bloß ein Kristall hätte. Dieses Fenster war in einem höheren Stockwerk, bevor alles verrottet ist. Ja, deswegen kriegen wir hier ein Stück, äh, ein paar Bildteile. Eine Schraube. Hm. Oh, wie einfallsreich. Du drehst die umliegenden Formen, damit das richtige Objekt passt. Ja, gut. Wie, ah, uh. Okay, nein, was? Zuerst muss ich diese Teile drehen. Damit, äh, auch so. Ja, gut. Ja. Okay. Fand ich jetzt gut. So, zack. Perfekt. Und das nächste Amulett-Teil. Schön. Damit das passt. Okay. Weißt du was Neues? Nein, du weißt nichts Neues. Nur Tagebuch. Ja, ja, ja. Kann ich das hier? Nein. Hier brauchen wir den Crystall. Hier gibt es nichts. Uh. Ein Suchwimmelbildspiel wieder. Also Bauteile suchen. So, wir brauchen, wir brauchen noch das. Wir brauchen noch das. Nein, ich glaube das. Das. Holz. Das. 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 Und, ähm. Noch eins fehlt. Noch eins fehlt. Komm. Gut, gut, gut. Nein. Da. Sehr schön. Wir kriegen eine Zange. Zange. Okay, was können wir mit der Zange machen? Natürlich. Uns erstmal den Crystall holen. Hier! Ich habe etwas wichtig gefunden. Ja, okay. So. Oh nein, die Böse. Mein liebe, lieber Cori. Sie hält es wirklich zusammen. Weiß? Mein lieber Cori. Sie hält es wirklich zusammen. Müsste es nicht heißen, meine liebe Cori? Ja, gut. Sagen wir mal nichts dazu. Oh, wo sind Teile? Sehr schön. Ähm, da. 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 So, wo haben wir noch die anderen Teile? Okay, noch eins. Wie immer, das letzte gute Teil fehlt. Da haben wir es. Wunderbar. Perfekt. Wir bekommen... Was bekommen wir? Bildteile oder Kajütenteile? Hä? Cori? 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 Ach, hier bist du. Ich kann das Schiff von hier sehen. Ich denke, die Wälder geht da. Okay. Ich setze erst mal den... Falsch. Den Kristall an. Oh. Oh nein. Oh was? Bring alle Kabinen an die korrekte Position. Wir können es wieder drehen. Wunderbar. Ja, gut. Ich würde mal sagen, ich mache ab hier mal eine ganz kurze Aufnahmepause. Weil ich muss noch gucken, ob alles noch läuft. Und wir sehen uns gleich wieder zu Let's Play Nightmare from the Deep 3. Davy Jones. Und bis dahin erst mal. Tschüss. 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 Tschüss.